Es ist sehr bitter, nicht bei einem großen Turnier als Fußball-Nation dabei zu sein. Vor allem für die, die eigentlich regelmäßig bei Fußball-Weltmeisterschaft dabei waren und sogar dort einige Erfolge feiern konnten, ist es umso schlimmer. Aber bei dieser WM, wo bei Bauarbeiten für die Stadien rund 15.000 Menschen gestorben sind, in einem Land, wo noch die Gefängnisstrafe für Homosexuelle und die Todesstrafe für Atheisten existiert, wo es im November gerne mal bis zu 35 Grad warm wird, bei dieser WM ist man gerne nicht dabei. Im heutigen Video zeige ich euch 8 Fußball-Nationalmannschaften, die glücklicherweise sich nicht für die WM 2022 in Katar qualifiziert haben. Nummer 8 Tschechien Die Tschechische Republik ist ein Binnenstaat in Mitteleuropa und bildete bis zum Zerfallen 1992 zusammen mit der Slowakischen Republik die Tschechoslowakei. Die Nationalmannschaft der Tschechoslowakischen Republik nahm insgesamt an 8 Fußball-Weltmeisterschaften teil und wurde nach der Finalniederlage 1934 gegen Italien und 1962 gegen Brasilien insgesamt zweimal Vize-Weltmeister. Nach der Auflösung entstand der Tschechische Fußballverband einer der zweirechtlichen Nachfolger der CSSR. Die Tschechische Fußball-Nationalmannschaft konnte sich bisher nur für eine einzige Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren und schreitete dort bereits in der Gruppenphase. In der WM-Qualifikationsgruppenspiele wurde der EM-Viertelfinalist nur Dritter und wäre damit eigentlich nicht mehr fähig, sich für die WM in Katar zu qualifizieren. Jedoch gewann die Tschechen die UEFA Nations League Liga B Gruppe 2 und durfte deshalb bei den europäischen WM-Playoffs teilnehmen. Bei diesen traf man auf Schweden, gegen die man jedoch 0 zu 1 nach Verlängerung verlor und somit die Chance verpasste, sich einmal wieder für eine WM zu qualifizieren. Nummer 7, Nigeria Nigeria, amtlich Bundesrepublik Nigeria, ist ein Land in Westafrika. Das Land ist nicht nur mit rund 200 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Afrikas, sondern hat auch eine der besten Nationalmannschaften, die der Kontinent jemals gesehen hat. Die Super Eagles wurden insgesamt dreimal afrikanischer Fußballmeister und gewannen 1996 überraschend bei Olympia am Fußballgold. Das Land konnte sich für insgesamt 6 Fußball-Weltmeisterschaften qualifizieren, wo man bei der ersten 1994 ins Achtelfinale kam. Ein weiterer Achtelfinaleinzug erreichte man 4 Jahre später, 1998 und mehrere Jahrzehnte später, 2014. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 war man auch dabei, aber scheiterte bereits schon in der Gruppenphase als Dritter. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ist Nigeria erstmals seit 2006 nicht mehr bei einer Fußball-WM dabei und überstand zwar die Gruppenphase der afrikanischen WM-Quali, aber scheiterte in den Playoffs an Ghana dank der Auswärts-Torregelung, die damals noch existierte. Nummer 6, Chile Chile oder die Republik Chile ist ein langgezogener Staat in Südamerika und grenzt westlich an Argentinien. Die chilenische Fußball-Nationalmannschaft gehört zu den erfolgreichsten Mannschaften Südamerikas und gewann insgesamt zweimal die Copa America. Chile konnte sich insgesamt 9 Mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren und wurde 1962 sogar Dritter. Die letzte WM, an die Chile teilnahm, war die 2014 in Brasilien. Dort kam man vor den damals amtierenden Weltmeister Spanien als Gruppenzweiter ins Achtelfinale, scheiterte aber dort an den Gastgeber Brasilien in den Elfmeterschießen. Danach konnte sich Chile nie mehr für eine WM qualifizieren und scheiterte jeweils in der Quali. Nummer 5, die Ukraine Die Ukraine ist ein Staat in Osteuropa mit mehr als 40 Millionen Einwohnern. Das gerade von Russland angegriffene Land hat eine Fußball-Nationalmannschaft, die 2021 bei der Europameisterschaft bis ins Viertelfinale kam. Die ukrainische Mannschaft entstand erst spät in den 1990er Jahren, nachdem die Sowjetunion und dessen nationaler Fußballverband aufgelöst wurde. Das Land konnte sich 2006 für die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland qualifizieren und kam dort bis ins Viertelfinale. Danach konnte sich die Ukraine zwar mehrmals für eine Europameisterschaft qualifizieren, aber nach 2006 nie mehr für eine Fußball-Weltmeisterschaft. Am nächsten dran war die Ukraine 2010, als man bis in die europäische WM-Playoff-Qualifikation kam, aber dort an Griechenland unterlag. Eine weitere Chance hatte man dieses Jahr 2022. Dort belegte man hinter Frankreich in der WM-Qualifikation den zweiten Platz, kam daraufhin in den Playoff, besiegte im Halbfinale Schottland mit 3 zu 1, aber verlor in den alles entscheidenden Playoff-Finale gegen Reels 0 zu 1 und ist mal wieder nicht bei einer WM dabei. Nummer 4. Peru Peru oder die Republik Peru ist ein Staat in Südamerika und ist neben Brasilien und Argentinien das flächenmäßig drittgrößte auf den südamerikanischen Kontinent. Die Fußball-Nationalmannschaft von Peru gewann nicht nur zweimal die Copa America, sondern nahm auch an der allerersten Fußball-Weltmeisterschaft 1930 in Uruguay teil. Bis heute nahm die nationale Fußballauswahl von Peru an insgesamt 5 Fußball-Weltmeisterschaften teil, dessen bestes Ergebnis die Viertelfinale-Teilnahme 1970 war. Bei der letzten Fußball-WM 2018 in Russland war Peru auch mit dabei, aber scheidete dort bereits schon in der Vorrunde als Gruppendritter. Für die Fußball-Weltmeisterschaft dieses Jahr im Herbst hat sich Peru nicht qualifiziert. In der südamerikanischen WM-Qualifikation wurde Peru Fünfter und qualifizierte sich dadurch für die Playoff. Bei dieser musste man gegen den asiatischen Vertreter Australien antreten und schaltete dort knapp mit Elfmeterschießen und würde somit nicht an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilnehmen. Nummer 3. Schweden Schweden ist ein skandinavisches Land und liegt im Norden Europas. Schweden hat eine eigene Fußball-Nationalmannschaft, die zu den besten Europas gehört. Schweden nahm an insgesamt 12 Fußball-Weltmeisterschaften teil und wurde 1958 sogar Vize. Bei der letzten Weltmeisterschaft 2018 in Russland war Schweden auch mit dabei. In einer Gruppe zusammen mit Mexiko, Südkorea und den amtierenden Fußball-Weltmeister Deutschland wurde die schwedische Fußball-Nationalmannschaft in dieser Gruppe Erster und kam ins WM-Achtelfinale. Das Achtelfinale gegen die Schweiz gewann 1 zu 0, aber man scheidete am Ende im Viertelfinale an England mit 0 zu 2. Bei der Quali zur WM 2022 in Katar wurde Schweden in seiner Gruppe nur Zweiter. Für die direkte Qualifikation reicht es noch nicht und man muss sich erstmal in den Playoffs beweisen. Nach einem 1 zu 0 Sieg gegen die Tschechen musste man in Playoff-Finale die Polen bezwingen, um sich für die Fußball-WM 2022 zu qualifizieren. Dieses Spiel verlor man jedoch gegen die Polen 2 zu 0 und Schweden wird nicht an der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilnehmen. Nummer 2. Kolumbien Kolumbien oder die Republik Kolumbien ist ein Land im nördlichen Teil von Südamerika und ist mit über 50 Millionen Einwohnern das bevölkerungsmäßig zweitgrößte auf dem Kontinent. Nach dem ersten Gewinn der Copa America im Jahr 2001 qualifizierte sich Kolumbien insgesamt 6 Mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft. Das bisher beste Ergebnis Kolumbiens bei einer Fußball-WM war die 2014 in Brasilien, als man bis ins Viertelfinale kam. Die letzte Fußball-WM 2018 in Russland war auch recht erfolgreich, man überstand die Gruppe H als Erster und scheiderte im Achtelfinale erst im Elfmeterschießen an England. Für die nächste Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Katar hat sich Kolumbien nicht qualifiziert, man wurde in der Quali nur Sechster. Kommen wir zu unserer Nummer 1. Aber bevor wir das tun, zeige ich euch weitere wichtige Fußball-Nationalmannschaften, die 2022 nicht bei der WM dabei sein werden. Aus Afrika wären so die größten Namen Algerien, Ägypten und die Elfenbeinküste. Ägypten war zuletzt bei der WM in Russland dabei und scheiderte genauso wie auch Algerien dieses Jahr leider in den Playoffs. Die Elfenbeinküste dagegen blieb in der Gruppenphase als Zweiter sitzen und kam noch nicht mal in die Playoffs. Aus Asien und Ozeanien haben wir nicht so viele, die wir vermissen werden. Neuseeland eventuell, die wieder in den Playoffs gescheitert sind. In Nord- und Südamerika hätten wir Panama, die sich 2018 erstmals für eine Weltmeisterschaft qualifizieren konnten. Honduras, die 2014 das letzte Mal dabei waren. Deutschland und Paraguay, die man auch noch erwähnen muss. In Europa gibt es unzählige gute Nationalmannschaften, die nicht dabei sind. Die WM-Teilnehmer Island und Russland sind nicht mit dabei. Genauso wenig wie die Türkei, Schottland, Ungarn, Griechenland, Österreich und die Slowakei, um ein paar zu nennen. Bei Russland würde man meinen, dass sie nicht dabei sind wegen der Invasion auf der Ukraine. Jedoch ist es nicht ganz so richtig. Hätte Russland niemals einen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet, da wären sie trotzdem für die Fußball-WM 2022 disqualifiziert gewesen. Aufgrund des russischen Doping-Skandals im Sport wurde Russland für mehrere Jahre von jeglichen sportlichen Wettbewerben ausgeschlossen. Hätte Russland sich für die WM in Katar qualifiziert, da dürften zwei russische Sportler an dieser WM teilnehmen, aber müssten ähnlich wie bei Olympia oder bei der Beach-Soccer-WM 2021 unter der neutralen Flagge spielen. Wenn ihr wissen wollt, was es genau ist, dann klickt hier oben in der Infobox. Nummer 1. Italien Italien, amtlich italienischer Republik, ist ein Staat in Südeuropa und dessen Fußball-Nationalmannschaft gehört zu den besten weltweit. Italien nahm an insgesamt 18 Fußball-Weltmeisterschaften teil und gewann diese insgesamt viermal. Italien ist damit zusammen mit Deutschland die zweiterfolgreichste Nationalmannschaft bei einer WM jemals und steht in der ewigen Tabelle auf Platz 3. Obwohl Italien bis heute noch eine ziemlich starke Nationalmannschaft ist und 2021 sogar Fußball-Europameister wurde, konnten sich die Blauen seit sechs Jahren nicht mehr für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Sowohl für die WM 2018 in Russland als auch für die WM 2022 in Katar konnte sich Italien nicht qualifizieren. In der WM-Qualifikation 2018 wurde Italien in der Gruppe Zweiter und scheiterte in den Playoffs an Schweden. Etwas ähnlicheres passierte auch Italien in der Qualifikation zur WM 2022. Obwohl Italien kein einziges Spiel in der Gruppe verlor, wurde man nur Zweiter. Man musste wieder in den europäischen WM-Playoffs und scheiterte dort erneut. Dieses Mal aber nicht an Schweden, sondern peinlicher an Nordmazedonien. Wie auch 2018 würde Italien bei dieser WM 2022 nicht mit dabei sein. Und das als amtierender Europameister. Krass. Ja Leute, welches Land hat euch am meisten überrascht, dass sie sich nicht für die WM 2022 qualifiziert haben? Was glaubt ihr, wer würde die Europa-League-Version der WM gewinnen, wenn es die geben würde? Schreibt eure Meinung gerne in den Kommentaren. Wenn ihr wissen wollt, wer diese Conference-League-Vereine sind oder was die vier größten WM-Mythen aller Zeiten sind, dann klickt hier in der Endcard. Dort könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken. Das war's im Video, bis zum nächsten Mal und ciao. Das war's im Video.